Willkommen zurück zu Divine Divinity und heute geht es Richtung Zwergenhallen, der Ort, den wir vom Dunkelwald noch nicht erforscht hatten und was ich jetzt noch vorhabe. So, mal gucken. Okay, ein Teleportschein liegt bereit. Das heißt, jetzt geht es ab zu den Zwergenhallen. Da starten wir mal von der Kriegel-Gilde aus und ich habe bei den Orks zumindest nichts gefunden, was darauf hinweist, dass die Begräbungsstätte von den Orks nicht weit wurde. Das heißt, irgendwie waren es wahrscheinlich doch nicht die Orks, sondern irgendetwas anderes oder irgendjemand anderes. So, der Pfad nämlich mal stark an wird sein. Außerdem ist in den Zwergenhallen noch das heilige Wasser drin zu finden, was wir für diese eine Quest brauchen, um die Tiere von ihrem Fluch zu befreien, bzw. die Menschen, die zu Tieren wurden. So, wo ist der Pfad? Wo ist der Pfad, der uns da hinführt? Wo ist der Pfad da hinführt? Äh... Da unten. Nope! Da ist da Gasse. Noch eins tiefer. So, hier müssten wir zu den Slangenhallen kommen, denke ich mal. Obwohl, ne, hier war ja die Höhle vom Pirscha. Wann war das denn hier? Ja, ein Platz hier irgendwo sein. Da sind sowieso auch noch Gegner. Und Reparatur zu Hause ausgelöst. Ich denke, ich sollte Bänder lieber Frost ausführen oder... ...eicht um Heilung. Ah, das ist eine Sackgasse. Hier ist auch nichts wirklich Bewegendes. Ach, da oben ist es. Da oben ist die Straße. Ich bin gespannt, wie die Zwergenhallen aussehen, was wir da finden werden. Vielleicht kann es auch sein, dass ich eine leere Flasche brauche. Für das heilige Wasser. Aber das werden wir dann sehen. Ja, hier war es. Immer der Straße entlang. Immer der Straße entlang. Ich werde auch eventuell noch mal Taschendiebstahl, glaube ich, skillen. Man weiß ja nie. Sicher wäre sicher. Mal Schlösser knacken, weiß ich bekomme ich. Durch eine gewisse Aktion. Das wurde mir schon gesagt. Wenn der Dunkelwald voll erforscht ist und die Quests hier erledigt sind, dann bleibt der bloß noch am... ...wer ist das als letztes... ...gebiet vor dem Schluss. Weil dann war ich ja überall schon. Dann war ich ja überall schon. Jetzt weg, aber ich habe ich ja gar nicht mehr. Ich will ja auch den Zwergenhallen hier. Das sind ja auch schon die Revlon-Karte. Die Schatzsuche ist noch offen, also die Schnitzeljagd, die Heiligen Waffen, es gibt noch viel zu tun. Es gibt noch viel, viel zu tun. Alles voller Trolle hier. So, Trick 17. Einfach mal das Heu benutzt. Was zu fallen lassen? Ach, ein Bernstein. Das kann man gut verkaufen. War da unten noch was oder war das der richtige Weg hier? Okay, ich glaube, da geht es eigentlich weiter. Was ist denn da oben? Dass sich der Weg noch teilt, das wusste ich jetzt nicht. Oder gebe ich die Truhe nochmal am Ende? Ach, hier wird hier schön. Ah, das kann ich nochmal gebrauchen. Okay. Eine schlichte Sackgasse. Nein. Da geht es weiter. Oh, was ist das denn? Was, die Zwergenheim? Gut, möglich, dass es die Zwergenheim sind. Würde ich mir gerade zumindest so vorstellen können, dass es die Zwergenheim sind. Aber wir werden es gleich sehen. Auf jeden Fall beeindruckend, ja, es sind die Zwergenheim. Wenn ich es richtig sah, ist das Tor verschlossen, oder? Ne, ist offen. Gehen wir mal hinein. Oh, das sieht ziemlich geil hier aus. Torun. Im Namen von König Dunatrin reiße ich euch in den Hallen der Zwergen. Willkommen, Mensch. Ich danke euch. Ihr solltet euch gleich in den König aufsuchen. Ich bin mir sicher, dass er euch zu sprechen möchte. Er residiert im nördlichen Teil der Zwergenhallen. Und du sagst, habt ihr Kunden im Verlauf des Krieges? Mensch, wie steht es für die Zwerge? Welche Schlacht meint ihr? Nichts, und vergesst die Frage einfach. Okay, jetzt sind wir quasi in der eigentlichen Heimat der Zwerge. Und guck mal, wie das schön funkelt da unten. Das ganze Edelmetall. Interessant aus hier. Ein Mensch, den den Zwergenhallen seit dem Krieg gefangen hat. Ich bin kein Gefangener, aber es bringt euch auf diesen Gedanken. Ich hörte, die Menschen kämpft auf der Seite des verfluchten, warum knutschenden Elfen gegen mein Volk? Ja, die Elfen und die Zwerge sind nicht gerade die besten Freunde. Ihr habt nie zuvor einen Menschen gesehen. Ihr seid so groß, wie es die Bahnen behaupten. Aber es scheint mir nicht sehr widerstandsfähig zu sein. Warum lasst ihr euch keinen Bart wachsen? Ja, auch die Menschen und die Zwerge sind jetzt nicht gerade die... Ja, so freundlich gesonnen. Das haben wir schon von Otto schon gelernt. Otto. Wen haben wir denn da? Ah, ein Mensch. Ich besuchte einst eine Eure Städte, wisst ihr? Und wie hat es euch gefallen? Das Spiel ist genauso schwach wie die Steine, aus denen eure hässlichen Häuser gebaut sind. Ein Lull, dass eure Häuser überhaupt halten. Ja, also an Beleidigungen wissen die Zwerge schon mal gut Bescheid. Gegenüber den Menschen. Und Elfen anscheinend auch. Aber naja. Sind die Frauen schön, woher kommt Mensch? Einige sind es wohl. Das heißt, Menschen trauen zerbrechlich wie eine Spitzhacke aus Papieren. Wie schaffen es die Männer, das nur mit ihnen zu schlafen, ohne sie zu verletzen? Okay, die Frauen sind genauso freundlich. Gut, was hat mir das jetzt gebracht? Achso, es hat mich jetzt rübergebracht. Wie groß sind die Nützlangenhallen? Ah, okay. Das Gebiet ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Hier muss es irgendwo das heilige Wasser geben. Was wir für nie eine Aufgabe brauchen. Ich hoffe, insbesondere, dass dieser Krieg mit den Orks bald ein Ende nimmt. Ich möchte meinen Garten hier an meiner Seite wissen. Statt an der Front. Wie lang ist das schon fort? Dieser unverwissliche, heilignafte Narr. Wunder den ersten, die sich nach dem Aufruhr des Königs freiwillig für den Kriegsdienst melten. Er weiß noch nicht einmal, dass ich schwanger bin. Ich bin erst im zehnten Monat. Daher fällt es noch nicht auf. Ah, okay. Wer haben wir da? Ich hörte, wir zeigen uns im Krieg, aber ich weiß nicht zu Recht, gegen wen wir den Krieg führen. Mir kam ein Gerücht zu hören. Ich denke, diesmal geht es den verdammten Elfen an den Kragen. Dieser verweist sich die verseleierende Baumknutscher. Ich kenne da ein treffendes, zwergisches Sprichwort. Es gibt kein Problem mit einer Elfe, dass ich nicht mit kraftigen Axt tösen diese. Halt, wundesfähiges Mensch. Ihr könnt nicht einfach in den Drohnsaal marschieren. Ich kann nicht. Was muss ich denn tun? Ihr müsst mir alle Eure Habsfähigkeiten übergeben. Ihr könnt nicht mit all euren Waffen eintreten, den ihr... Wenn ihr wer geht, haltet ihr alles zurück. In Ordnung. Hier nehmt meine Sachen. In Ordnung. Ihr könnt in den Drohnsaal betreten. Wir wollen uns nicht verscherzen mit dem... Wachen jetzt mal komplett nackt hier. Fast komplett nackt. Willkommen, der Königchen Residenz, Mensch. König Dunertrieben, erwartet euch bereits. Ich bin geehrt, seinen wahren König gegenüber zu treten. Um übertreten zu dürfen. Geht einfach hinein, Mensch. So, so, ein Mensch. Wisst ihr, ich habe noch nie gegen Menschen gekämpft. Bennehmt euch also. Hopfenstange oder ich werde meinen Horizont erweitern, indem ich euren Kopf von den Schütteln schlage. Beruhigt euch zu wer, ich habe nicht vor, gegen euch zu kämpfen. Zu schade, wer weiß. Vielleicht treffen wir uns eines Tages auf dem Schlachtfeld wieder mit dem Mensch. Warum so aggressiv? Wie weit verschlossene Truhen? Ich möchte mal gerade was probieren. Deswegen speichere ich euch mal vorher. Kann ich die... Ich habe keine Liedriche. Achso. Gut, dann darf ich das ja hoffentlich hier nicht tun. Gut, dann will ich es auch nicht tun. Ähm. Seid gegrüßt, Mensch. Ich bin Cape Dunathrin, der König der Zwerge. An diesen heiligen Hallen, wir bekommen nur selten Besuch aus dem Herztum. Ferrol, ich empfehle euch, den Goldenen Fluss zu besuchen, solange ihr hier seid. Er ist eines der Wunder des Zwergenreiches. Das könnt ihr mir nicht sein, erzählen. Die mächtigen Hallen von Karan... Karanamix wurden von tausenden von Jahren von unseren Vorfahren erbaut. Während des Zeitalters der Täuschung gruben wir in neue Gänge. In die tieferen Bereiche des Berges. Was könnte mir dem Goldenen Fluss erzählen? Der Goldene Fluss hat in der Vergangenheit zahlreiche Besucher. Leider auch Diebe angelockt. Er ist ein gewaltiger unterrichter Fluss, in dem sich Gold und viele Juwelen verbergen. Einige Münzen und Gegenstände stammen noch aus dem Zeitalter der Täuschung. Lebt wohl. Ich werde den Vater des Steines bitten, euch seinen Segen zu geben. Rock, Domi, Gon, Trac, Gläumar. Okay, interessant, da haben wir mit dem König gesprochen. Mit dem Herrscher der Zwerge quasi. Was die an sehr beschaulichen Thron sollen. Das werden wahrscheinlich die Staatsschätze sein. In den Thron. Wer weiß. Keine Ahnung, was drin ist. Ihr wollt aus dem Thron sein? Ja, dann hört ihr gerne meine Sachen wieder. In Ordnung. Ihr habt ihr alles wieder. Ah, danke doch. Aber ich glaube, ich habe den falschen Helm auf, oder? Na. Na, egal. Das mache ich später. Ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Und da haben wir den Teleporter. Für die Zwergenhallen. Ich glaube, das muss dieser goldene Fluss sein. Der hier so schimmert. Prima Abkürzung. Okay, aber wo ist das heilige Wasser? Was ich suche. Es soll ja irgendwo einen Brunnen geben. Ich glaube, die Zwerge stehen ja auch im Konflikt mit den Orks. Und die Elfen mögen sie auch nicht gerade besonders. Und dass die Menschen mit dem Orksentrieg sind, ist klar. Das wissen wir schon von Herzog Janus. Der meines Erachtens nicht normal wirkt. Ich denke mal, da wird irgendwas... Das könnte vielleicht mit dem Schwert... Schwert der Lüwen zu tun haben, wie das hieß. Das ist das verfluchte Teil. Das er mit sich führt. Über das wir wahrscheinlich auch bald mehr erfahren werden. Okay, die Musik ist weg. Wo geht es denn hier hin? Okay. Und eine verschlossene Tür. Okay, wo fährst du mich hin? Böse Zwerge. Böse Zwerge. Es gibt also auch böse Zwerge. Interessant. Auf einmal... ...greifen mich die Zwerge an. Aber das sind ja auch böse Zwerge. Die guten Zwerge haben wir gerade schon kennengelernt. Das sind jetzt die bösen Zwerge. Was ist los mit euch? Ich denke, ihr wollt mich den Kopf früher zerschlagen. Wohl er spaltet mein Schwert gerade eure Stirn. Statt ihr meine. Okay, aber wohin führt mich das hier? Was hast du denn gerade fallen lassen? Ah, Pickel. Ach, super Heilung. Interessant. Das ist das erste Mal in der Minute, dass mich Zwerge angreifen. Ich hoffe mal, dass unser Zwerge Schafranus Eilorov davon nicht mitbekommt, dass ich hier quasi sein Gefolge abschlachte. Aber es sind ja böse Zwerge. Die haben zuerst angegriffen. Also... muss ich auch dementsprechend handeln. Also muss ich auch dementsprechend handeln. wenn die mich zuerst angreifen. Ähm... Ja, komm Leute, das kann es doch nicht gewesen sein. Und... Okay. Taste... Und das sieht wie ein Gang aus, aber da komme ich nicht ran. Jetzt mal komme ich da hinten, obwohl da brauche ich einen anderen Teleportstein. Da bräuchte ich meinen anderen Teleportstein. Ich will gerade mal schauen, ob das überhaupt funktioniert. Ob ich das denn nutzen kann? Ob das zu weit entfernt ist? Doch, ich glaube theoretisch ginge das. Müsste man gerade mal probieren, ob das funktioniert. Das heißt, in dem Fall muss ich mal den mitnehmen. Und den anderen Teleporter nutzen. Also, den großen. Wir haben jetzt die Shortcut aktiviert zu den Zwergenhallen. Praktischerweise, was uns den engen Weg erspart. Das gibt es hier nicht noch zu erforschen in den Zwergenhallen. Okay, da drüben noch eine Menge. Ja, aber ich will erst mal da weiter erkunden, diesen Bereich. Und das klappt vielleicht mit den Teleportstellen. Vielleicht gibt es da auch nur ein Item. Oder sonst was, mal gucken. Einfach mal probieren. Ob mich der Teleportstein-Trick dort weiterführt. Ich gehe mich eigentlich da rein, wahrscheinlich. Irgendwo an der anderen Seite. Außer es ist irgendwo ein Hebel, den ich übersehen habe. Kann natürlich auch sein. Aber gut, erst mal wollen wir schauen, dass wir Weiß hier noch was in den ganzen Fässern und Holzkisten Das sieht nämlich ganz nach Teleportstein-Trick aus. Ich will es mal probieren. Ob das funktioniert. Okay, lol. Na, ich glaube, da ist nichts drauf, oder? Ne. Ob das Sackgasse. Falls ich hier was... Äh, ich habe bestimmt ja irgendwas übersehen hier, ne? Komischen Mine. Oh, das ist tatsächlich schon fertig. Okay. Hm. Das ist ja echt nichts mehr. Hm. Und die Tür, die draußen verschlossen war? Moment, ich habe doch Schlösser knacken. Vielleicht klappt das ja. Die Tür ist verschlossen. Ich sehe auch keinen Schalter, oder so. Wie denn es war da gerade ein Zeichen für ein Zwergenbier. Ich bin fast drauf. Hm. Ob ich weiß es oder nicht, ich habe keine Ahnung. Ich würde mich mal interessieren, ob da irgendwas sein könnte und da ist ein Teleporter. Das heißt, das Gegenstück muss hier irgendwo, muss irgendwo... Achso, da. Da ist das Gegenstück. Okay, dann erkunden wir mal weiter die Zwergenhallen. Okay, was ist da denn drin? Äh, Bernstein. Das ist also so eine Behausung. Mit einem schönen großen Bierfass natürlich. Okay, äh... Oh, sorry. Ich berichte dem König, dass die Hallen einer gründlichen Reinigung bedürfen. Einige der Ebenen sind von Spinnenweben und einer dicken Staubschicht überzogen. Wenn wir nicht schnell handeln, wird das ganze Gebäude von Ratten überrannt. Lenshaltung später fortsetzen. Okay. Nice. Haben wir schon mal eine Menge von den Zwergenhallen gesehen? Aber natürlich gibt es noch viel mehr zu erforschen. Die Reporter sind praktische, ja, Überwege. Einer meiner Brüder wohnt in Glenboros, seinem kleinen Dorf Nutsch von hier. Die Hallen von Kranamics, die man so nie im Himmel sehen kann, konnte er nicht leiden. Und so nahm er seinen Abschied. Erzähl mir von eurem Bruder. Sein Name ist Drimmer. Ach, das ist der! Seit er nach Glenboros aufbrach, hörte ich nichts mehr von ihm. Ich vermisse den kalten Knaben richtig. Ich hoffe, er ist immer noch im Leben. Ich darf einen Bruder, es geht ihm gut. Er verdient sein Bruder als Bierbrauer. Ah, gut zu hören, dass er noch lebt. Vielleicht werde ich ihn eines Tages besuchen. Ist zu lange her. Ich werde darüber nachdenken. Sollte ich Rimmern Lemos treffen, sobald ich von seinem Bruder berichten. Habt tausend Dank, Mensch. Er ist sehr freundlich von euch. Sagt ihm nur, dass ich ihn vermisse. Er lebt wohl. Ah, interessant. Das ist also der Bruder von Rimmern im Bierbrauer. Von dem wir halt das spezielle Bier gekauft haben, das ich für das Secret brauche. Ich glaube, fünf Stück oder so. Interessant, bitte. Haben auch seinen Bruder getroffen. Willkommen in Grisha Schmiede. Sie nennen mich Baldrocks den Stärken. Ich arbeite wirklich gerne für Grisha. Das ist eine harte, aber ehrliche Arbeit. Kann ich mit Grisha sprechen? Oh, toll. Natürlich, wenn ich etwas zu operieren habe, ist Grisha euer Zwerg. Seid gegrüßt, Freunde vom Volk der Menschen. Mein Name ist Grisha und ich fertige die besten Waffen und die stärksten Rüstungen und ganz Revolon. Eine Waffe, die nicht von einem Zwerg geschmiert wurde, sollte man gar nicht anlegen. Ich habe mal in einer Schlacht mit einer Zwergenklinge gekämpft. Ich muss leider sagen, dass sie mein Zerdin nicht war. Aber ihr seid doch noch am Leben, oder? Wenn das keine Zwergenklinge gewesen wäre, werdet ihr jetzt schon tot und begraben. Okay, auf jeden Fall hat er eine Menge Gold und einiges an Gold. Und auch nette Waffen hat er bei sich. Okay, Modus Blitz ist es besser als meine Waffe. Wobei, eigentlich ist es mir gerade egal, weil ich kann meine Waffe auch behalten. Ja, ich würde mal sagen, behalte deine Waffen. Das ist zwar recht nice, aber gut. Ich würde jetzt ein bisschen spielen mit der Welt, das können wir alles reparieren. Was gibt es denn noch hier so alles? Achso, Ribband-Lambos treffen. Ja gut. Sein Bruder werde ich dann das nächste Mal wahrscheinlich besuchen. Aber gegen wen kämpfen wir eigentlich? Also ich habe gehört, dass unsere Jungs gegen eine Armee unter Führung eines Drachen kämpfen sollen. Seid doch nicht töricht. Welche Armee würde sich von einem solchen Ungeheuer kommandieren lassen? Nein, ich sage euch, wir werden gegen diese verdammten, listigen Impfs kämpfen. Das glaube ich nicht. Die Impfs werden es nicht wagen, gegen eine Zwergenarmee zu kämpfen. Dann eben gegen die Orks. Die fürchten nichts, außer dass der Himmel ihnen auf den Kopf fällt. Nein, gegen die auch nicht. Die Orks liefern sich gerade eine Schlacht mit den Menschen. Selbst die orkischen Kriegertruppen würden nicht gegen zwei Rassen gleichzeitig Krieg führen. Die sind tollkühn und dämlich, aber keine Selbstmörder. Wir können doch nicht gegen die Menschen kämpfen. Die sind zwar scheußlich groß und riechen komisch, aber sie sind unsere zuverlässigsten Verbündeten, seit wir uns in Rivellon niedergelassen haben. Also gegen wen schicken unsere Ältesten dann die Armee in den Kampf? Wer gegen das Echsenvolk kann es auch nicht sein, die sind zu wenig und zu weit weg. Dann bleiben hier nur die Elfen übrig. Die Elfen? Diesen Baumknutschern habe ich noch nie getraut. Einfach zu gerissen. Jawohl. Ich wette, dass es gegen die Elfen geht. Wird auch Zeit, sage ich euch. Das sind überhaupt keine normalen Leute. Höchste Zeit, dass wir denen eine Lektion erteilen. Diese spitzohrigen Schweinehunde, hä hä hä, garantiert stecken die hinter dem ganzen Erden an der letzten Zeit. Okay, und mit diesem Gespräch würde ich sagen, beenden wir diese Folge von Divine Divinity. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski. Tschüss, Sikowski.